so hallo und herzlich willkommen auf dem kanal am start ja freunde freunde des guten geschmacks lego star wars 3 video nummer 65 wir wissen müssen wir ganzen planeten erobern wir holen uns jetzt natürlich kursant und einmal vorweg ich würde mich über ein like freuen das gerne ein daumen nach oben da und wenn ihr mich mit dem kostenlosen abo unterstützen wollt dann einfach den abo knopf betätigen und schon seid ihr in der power army dann noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und wenn es bei euch klingen wird wisst ihr ganz genau sagt man es am start start bauten video hochgeladen sachen power ist lost im game und wenn ihr mal im live stream dabei sein wollt dann auf www.twitch.tv xsdgdxpower oder den link in der video beschreibung folgen und wenn jemand ein kleines trinkgeld da lassen möchte dann auf www.paypal.me xsdgdxpower oder auch da den link in der video beschreibung nutzen meine damen haben ja meine freunde dann würde ich sagen wir gehen rein holen uns den planeten kursant mit der kurs republik gesteuert ist er schon dann haben wir ja schon mal geholt so wenn natürlich wieder dieses komische ding hier und dann schauen wir mal was mal weg rotzen müssen immer einer reinigen das scheiß aus so und dann gucken wir auch mal was da geschrieben steht kursant graf doku und general grievous haben vor die statuen vom meister yoda aus kursant zu zerstören die republik zu erniedrigen allerdings ahnt der rat der jedi von diesem plan und trifft vorkehrungen nun sind yoda und mesmen du mehr als bereit für den verschlagenen angriff der separatisten ok ist uns egal wir machen sie blatt machte spott junge wir knallen sie alle weg dann wird zehn minuten zeit und auch du scheiße hier viel ok hier sind wir wir müssen ein paar dinger weghauen um dann die statuen wegzukriegen da wir wahrscheinlich auch bauen müssen die statuen stehen alle drei auf einem fleck das ist das gute ja ich brauche kann ohne ich brauche hier eine kanone aber wir entscheiden uns für die goldene immer die nicht so schnell kaputt geht so einfach nur um die dinger hier wegzukloppen was wir müssen so wir haben unsere kanonen natürlich hier wieder weg weil wir die hier nicht mehr brauchen wo ist jetzt mein spider ja super danke haben die mir den spider weg gekloppt ja damit haben wir den spider weg geklopft gehabt aber gut dass er da wieder steht so okay wir müssen da oben noch was kloppen so das heißt wir haben kurz mal den hier weg das gefällt mir gerade überhaupt nicht so wollte das kanönchen warum war münzen mit so jetzt haben wir hier ein schutzschild das muss weg so macht mir nichts aus das musste sein so weil der hier weg muss ich glaube die auch noch schnell weg jeder weg junge du schaltest es jetzt nicht nur ein du penner dort wir brauchen die minzen mit so dann wir haben aber noch ein schilder übrig dass man es noch kurz weg klopfen müssen und dann ist es aber auch noch ein silberes scheiße egal kriegen wir ihn kriegen wir hin wird dann haben wir hier noch mal was stehen ja in goldenen doch vorweg so jetzt sollte man gleich mal hier was hinbauen und zwar eine kanone auch ne da ist ja auch besonders geschützt hier durch so ein penner da oben wir haben kurz mal die kanone hier weg recht auf was für ideen die hier kommen dann bauen wir hier selbst eine kanone hin aber wenn es eine normale ist es uns egal auch danke so auch weg wenn schon denn schon wenn wir da sind gut da wenn schon machen wir das halt so bevor das wieder einer auf an macht hier so wie er jetzt keine er hat es gleich wieder angemacht da der huso scheißegal das ist es nicht penner hallo Ich sitze drin, okay? So, okay. So, okay. Danke, du Drecksack. Das ist übel, das ist übel, das ist übel. Hey! So. Ist mir gerade richtig egal. Ist mir egal, weil wir es geschafft haben. Haha, hat aber lange gedauert. So. Karusant erobert. Wunderbar. So muss ich jetzt jeden Planeten einzeln durchgehen. Aber, starke Summe haben wir uns eingenommen. Eine starke Summe. Ja, meine Freunde. Das war Stein Nr. 111. Wir haben eine Schnapszahl, aber kein Schnaps da. Alkohol ist sowieso ekelhaft. So, meine Freunde. Tja, wir sind wieder fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich freuen. Und wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen. Oh, 95 Prozent haben wir jetzt. Ja, meine Freunde. Wir sind dann wieder am Ende des Videos angelangt. Ja. Das nächste System. Im nächsten Video. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer... Lasst euch nicht ärgern. Nicht von dem Manzen beißen. Wenn ihr schlafen geht, lasst die Hände über der Bette gespielt. Die dann euch selbst rum. Lasst eurem Partner. Alles andere ist ekelhaft. Ja, meine Freunde. Ich bin dann raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Im nächsten Livestream wieder. Macht's gut. Und bis dann. Ciao. Ciao.